ok hier sind hunderttausend steine einstein den abmachen kannst was du hier nicht schon wieder ich hab gar nichts gemacht das letzte mal so pass auf hier das ist die stelle alter das ist die stelle genau die stelle hier da kann zwei was raus da kann zwei was raus das ist gut stones und metal ohr ich habe hier eine metal ohr dings gefunden erneut er sich den qo hier aufstellen ja auch stimmig moment ja mal bitte wo bist du ja bei unserem haus dazu muss ich wissen wo das haus ist leute wollen wir mal gucken wo bist du denn da hat eine mini gebaut genau bei 21 h 21 an dem strich das haus für sie wurde das blaue ding benzin rein kippen da in der nähe wo wir dich getötet haben ich bin jetzt i 21 h 21 ja siehst du den crowey geil oder also sie sind da da runter richtung dem strommast links ja genau da lang plus ok das kommt jetzt mal hierher ich bin unterwegs hier ist auch die schöne stelle übrigens ist kann man auch übis geld bauen bist du denn schön aus da rauskommt auch trinkwasser wenn ich noch ja jetzt gelesen stellt alles was fließt ist trinkbar ja 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 gut sie haben schon mal mit teil das ist doch schon mal das ist auf jeden fall schon mal cool so jetzt möchte ich noch mal ganz kurz schauen und zwar brauchen wir führstorage bildenplan gebaut was ist bildenplan du kannst du kraft bilden direkt klicken bildenplan schützen alter wo sind das 14 ah so kann man das floors und schweiz bauen hä wo ist das 4 jetzt hin wenn ich hier ab also der hat nur 5 slots was sagst du ja weil der so offen für alle ist der so hat nur 5 slots ach so ja ach so das weiß ich nicht ob der wie viel hat ja der hat jetzt gerade 5 slots dann können wir aber mit größeren slots starten das ist irgendwie in die mitte geworfen ins loch oder so unglaublich oder irgendwo so ein kleiner sack liegen nicht physis kannst du irgendwie mit tab oder sowas so eine umgebungsansicht öffnen dass du jetzt nicht speziell was looten kannst sondern einfach was in der nähe dicht oder so ne das geht leider nicht du meinst dass die sachen siehst die in der umgebung liegen ne genau weil anscheinend ist in der blauen tonne drin sozusagen da ist es ja da lol ernsthaft wenn 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 es glaube ich jetzt nicht ja wie komme ich da jetzt ran gar nicht ne aber drauf bei ihnen nur rohöl schreibt kein richtiges benzin ich habe auch rohöl und ich habe auch oder was steht bei dir da kraftstoff ich habe hier noch einfacher brennstoff habe ich gerade gefunden gib mal her hier brauchst du ja ok kann man sachen markieren auf der kasse denn ja irgendwie kann man tribes machen aber wo bist du denn tino ja ich komme zurück ich komme zurück bist du gerade am see ja ja bleib stehen ach da ja aber ich habe hier verfässer die habe ich gerade kaputt gemacht da habe ich das brennstoff und so ja das sind drei pilze drin junge ja die habe ich da drin reingeschoben hier hier kannst du das vielleicht noch aufnehmen wo ist menschenfleisch ne will ich nicht anders liegen hier hier ist der brennstoff wo ach da low credit fuel tja geht der oder geht lokal bestimmt der geht du kannst einfach ein fuel reinschmeißen ok dann probier es das mal aus eben das ding ist ich brauche steine oh ich habe jetzt im haus in die kiste welche reingelegt was da ah ok warte mal äh füsi guck mal warte mal komm mal her komm mal her komm mal her siehst du das leuchtende ding ja da musst du drauf hauen warum weil du dann mehr bekommst jetzt leuchtet es woanders oh das ist wie bei ähm spotlight ah alles klar brauch aber steine das sind keine steine hier das sind die weißen das sind die weißen ich hab's mitgekommen wir brauchen aber noch einiges mehr deswegen ich bau grad wieder ab du weißt wo man steine da ruht kann komm ich erst mal zurück ich hab grad zu viel mehr eins gefunden ja ach super ach so ähm items reparieren ging nicht ne an der werkbank ja haben wir ja nicht du in der tankstelle findest ähm in der tankstelle die gibt es meist in tankstellen. okay. okay dann versuchen wir unseren quarry zu starten. aber sie haben geschrieben für tools lohnt sich das nicht wirklich, du kannst einfach neu bauen. was ist denn ledernes neck holder top? das klug war ironisch gemein, die hättest du doch einfach so stehen lassen könnten. okay. few ist drin, das heißt theoretisch sollte das teil jetzt anspringen. wir schauen mal. das ist wieder ein paar steine. man kann sich die wegwerfen. der quarry läuft! echt jetzt? ja wie lange weiß ich nicht, aber er läuft. okay, zu lange wird er nicht laufen, aber warte mal, das fällt ja hier rein. lol der baut ab alter. wie geil ist das denn bitte? der baut gerade steine und eisen ab. die baustellen im seil? ich hab zwei seile hier. ich hab drei seile. ja, aber die muss man doch selbst machen können, oder nicht? ja, keine ahnung. für die baut aber auch auf dem seil. dann kann ich den so fuhr abbauen. weil du einen angst musst, wenn du dann steilst. hast du natürlich recht. okay, das ist echt cool. steiner von. oh, meli hat einen zwischenstand auf twitter geschickt. i look, i look, i look. du bist aber schnell im zeichnen. was machst du denn? sie malt den wunderschönen mac manus. stimmt. teddy hat mal das ding hier gpu gepostet übrigens. wow. krass. da bin ich ja echt mal. krass. da bin ich ja echt mal gespannt, ey. ek manus mit einer menge, menge der fantasie. oh. da bin ich echt gespannt, meli. okay. wo habt ihr denn die robs her? ich hab's die teige entwendet, als er lag. bei mir gibt's gpu nicht. teddy. anime fett und close. okay. was können wir hier machen? barbecue. okay. das repairbench. okay. ich könnte eine repairbench bauen. bringt uns das was? ey, jetzt mal ohne scheiß. wollt ihr da unten anziehen oder wollen wir hier oben beim quarry was machen? der hat doch beim quarry bleiben da. verarscht du mich? naja, ich weiß halt nicht, weil, äh, weil hier die ganzen roten. die der gebaut hat. da sind schon Kisten alle stehen und Fenster und Paramoramablick zum See. kann man das mitnehmen? ja, dann nehmen wir das als Sommerhaus. ja, dann kommen wir hoch. komm, wir gehen hoch, nehmen alles mit, was du tragen kannst. okay. kann man gleich sehen, ob man alles tragen kann. okay. aber ich lasse euch da mal alleine. viel spaß noch. jo, ciao. tschüss. und tino nicht zu viel die anderen umbringen. na, ich versuch's. gut. und wenn du die schrurflinte, das macht mir spaß. das muss ich mir dann mal probieren. so, wo steht denn der query jetzt? bei i21 h21? okay, wie sieht's ich, table workbench? eigentlich weißt du warum? so, bock hat gleich geschrieben, du brauchst ne repairbench, brauchst du erstmal workbench double 1. dann kannst du ne repairbench bauen. ja, mir geht's erstmal darum, wie ich Sachen weiterverarbeiten kann, weil ich hab die metallfragmente zum beispiel oder wie ich halt generell metallfragmente bekommen. die hatten wir ja aus diesen fässern rausgekloppt, ne? äh, metallfragmente zum beispiel. ich hab aber... das war dieses riesengroße ding da oder was? ich hab zum beispiel scrap oder metal ore, ich weiß nicht wie... ja, ja, wie kann... also ich hab zum beispiel äh... scrap hab ich? ja, scrap und metal ore hab ich. ne, ne metal spring hab ich. jetzt die frage, wie kenn ich das metal ore, äh... high quality metal ore hab ich und 917 metal ore. also offenbar mit sicherheit irgendwie ne furnace oder irgendwas, ne? ja, warte mal. ich hab auch metal ore. ey, also hier bauen? hier? ja. ja. war doch hier irgendwo. da wo eine gerade fläche ist, wo wir was bauen können. guck mal, da hinten ist auch noch Eisen. äh, ein Eisenstein da. komm mal, sollen wir uns hier pflanzen? hier? ja. das ist Stein. das ist... Zulfur. das ist metal ore. man kann hier nicht bauen. ja, dann bist du zu nah an der Maschine dran. da musst du ein bisschen Abstand nehmen. ja, wie weit denn? ich steh schon hier. ja, ja. wo ist der denn hier? items. wo soll der sein? ach, ist er doch. low-crate fuel. ich brauche low-crate fuel. das heißt, wir brauchen tierfett und kleidung. ja, habe ich. ich habe, äh, fuel schon gebaut. ich habe auch tierfett, wenn du was brauchst. ja, low-crate fuel brauchen wir. ich hab, äh, 20. 50 brauche ich. gib mir die 20 mal. wo bist denn du? ja, ich komm. ich kann hier echt nicht bauen, Leute. wo bist du denn? hier bei euch. das hier? wer ist denn der Körbiskopf? teacher? das bin ich. ja, warte, komm. hier bin ich. hier, hier bin ich. hier, die Stadt fett. hier ist überall rot. hier fuel. ich kann nicht bauen. hier fuel. okay. ähm, warte mal. wo ist man das hier? bau doch auf der großen Wiese da hinten. ich wollte gerade sagen, da... versuch's mal hier. warte, warte, warte. warte, warte, warte. nimmst du noch eben das Fett? ja. hab ich hier hingeschmissen. baust du sonst noch was? äh, ne, grad nicht. ey, ich hab mir jemanden auf 600 Holz hingeschmissen. oh ja, das gib mal her. äh, warte mal, warte mal, warte mal, was... da wo ich bin. ach so, ja. da wo willst du hinbauen? also ich jetzt das erste mal hier probiert. äh, geht nicht. dann weiter zu der... braunen Grasfläche. wie krieg ich klein... äh... geht's überhaupt nicht besetzt? ne, keinmal. ne, keinmal. kann doch nicht schla sein, warte mal. ich hab auch 3000 Holz in der Täsch, also... ich brauch Kloos. ja, kann ich auch bauen. wieso kann ich denn nicht bauen? ja, vielleicht hast du schon... du kannst doch einmal irgendwie was bauen, dann hast du da hinten gebaut und dann... ach, quatsch doch nicht. ach, quatsch doch nicht. ja, du... nehm ich jetzt mal an. warte, ich geh jetzt mal da hinten hin. warte, 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 warte. ich baue mir jetzt mal einen Hammer. damit ich das erst mal abbaue. äh, Tool... ha... äh, Hammer. boah, ich hab doch Kloos... lass mal weg hier. ah... da ist sie. ich hab die Kloos von weggegeben müssen. ich hatte welche, oh shit. da kann ich mit rechts klicken, kann ich das wegmachen, ne? warte, äh... was ist denn upgrade to stone? upgrade to armored, abwecken. okay, wir müssen ein bisschen Hempf finden. ja, und was zum Essen. du hast das abgegradet, du hast das jetzt repariert. nimm doch deine Achse oder so an, hau da drauf. aber auch mit Steinen und Wasser. so... ach lol, Hitcha, lass stehen. danke. ich hatte keine Fundamenten, ich hatte Boden ausgewählt. Boden ist aber sowas wie ne Decke. ich muss Fundamenten nehmen. oh man... ja, dann kannst du auch da hinten bauen. ja, dann bauen wir da hinten. ich hab... ich hab... ich hab... ich hab... ey, Hempf ist hier voll selten, Alter. es gibt's ja gar nicht. was ist denn meine Achse jetzt hin? so, ich baue hier hin. sag! Darmendis Gebaukinders! es geht los in unsere eigenen vier Wände. ich baue uns ein Schloss am Strand. ein Bett im Kornfeld! ein Bett im Kornfeld! das wäre schön. da sind wir dabei! okay, ich hab ein verlassenes Auto gefunden, Leute. ich hab ein Fernglas! was? toll! ich hatte hier uns mal beim Bauen zu helfen? nee! wüsstet der Geier sich mal cool aus. und dann kommt er nach Hause und setzt sich ins gemachte Bett! boxt du noch irgendwas? ich hab ein Fernglas! wie geil ist das denn wieder? was boxt? äh, ich bräuchte Holz! ja, ich hab Holz! ja, ich hab Holz! wird dich das auch gerade ausfallen? das Problem ist, ich kann hier nicht mehr bauen. aber auf den anderen Seiten geht das. zu hoch vielleicht oder was? ja, weil es zu hoch ist wahrscheinlich hier. weil es hier senkt sich der Boden nochmal ab. äh, das ist wie Wittler, ja. einsatz in vier Wänden. ja, ich lass doch nochmal Holz fallen, hier. 300 Holz. Holz dicht hier. ja. ich hab gerade Hanfsamen eingesteckt. konzit. du mag es ja eh nicht, wenn das Haus immer so wie ein Klotz aussieht, dann können wir das da so lassen. da reinstecken, naja. die mich verarschen. ich hab ein Hempseed eingesteckt. oh leid, ich hab was anderes stehen lassen, oder? ach, das ist aber auch dämlich. müsste erst mal so reichen, die Butze, oder? äh. ach komm. was soll der Geist? umso schöner, umso besser. wir wollen uns doch nicht... aber man findet dieses, dieses, äh, dieses, äh, Hemp oder dieses Cloth, äh, extrem beschissen, oder? noch Holz. du hast doch Samen, pflanze doch irgendwo hin, ey. ja, Momentan. war die schon dabei, wenn der Holmes... war es denn? weiß ich auch noch nicht. hälte dich auf dem Laufen, wenn das Lied weitergeht. okay. ich brauche Stein, alter, damit ich mir selber mal eine Axt treffen kann. ja, komm her. ich hab meinen Stein weggeschmissen. okay. weiss nicht, wie viel braucht man denn für ne Axt? ähm... lass du mal einen Stein fallen. hier, lecker vor dir. und... sonst ne Stein, ne? ja, ist ja gut, mach ich ja schon mal. ja, Stein, ne, brauche ich. guck mal, ich muss noch einen. okay, im Moment. lass du mal... lass du mal die Hälfte fallen. oh... so, warte mal, ich muss mal irgendwas geschmeißen jetzt. ey, warte, Stein hab ich genug, ich brauch' Holz. so. Gott. ich schmeiß den ollen Hammer weg, den kann ich mir schnell wieder nachbauen. Zink los! jetzt geht's schon. aber, fuhr ich seh. achso, Holzbox, was hast du gesagt. weil Steine gibt's hinter den Felsen, dort hab ich früher gesehen, zum Abbau. ah, okay. Hälfte da mal für Holz. okay, ich hoffe mal, das ist vielleicht... jetzt haben wir noch Animal Fett? irgendjemand? ja, was machst du denn immer mit dem Animal Fett? fuel! fäckelein. ich mache fuel! fäckelein machst du, irgendwas schmierst du damit ein. ja, mein Sack! hat nur keinen. ich nehm das Animal Fett, das schmier ich mal auf die Möse, bevor ich mich rasiere. verstehst du? dann schmeckt's nicht so. dann juckt's nicht so. damit das schmeiniger läuft. damit das schmeiniger läuft. damit das nicht so rupt. oh lol. ist das behindert. was brauchst du denn? ich brauche jetzt. Tito, was brauchst du? wie kannst du das Rust Alpha Banner auswählen? auswählen? ich hab 1200 Animal Fett. was? tötet Füßi. ich hab kein Animal Fett. die Stimme in meinem Kopf hat gesagt, tötet Füßi. tötet Füßi. tötet Füßi. uuuuuh. ich freu mich durch das Zeug immer. Tark dahin geklatscht. jetzt. ich werde jetzt hier. Tark damit wir rauszucken können. ein paar Morava-Blick. hinten zu der Wuschel. zweimal. so. schön Landschaft natürlich auch. habt ihr noch Lagerfeuer? ich hab ein Mikro gemutet. wer? Hitcher? Loll. kannst du mal bitte eine Wand irgendwo hinsetzen, wo ich die Kisten vorstellen kann? ich hab vier Kisten gebaut mit Flocke, vielen, vielen Dank fürs Horsten. Dankeschön, liebe Flocke Wino. ich mach Holz. ohne Holz wird das nix. da kann ich gerne Winde bauen. äh, halten. ich hab noch was. ja, komm, ich geh hacken. schon vorlage fürs Jahr, komm, ey, mein Gott. ja, ich bin die ganze Zeit hier am Laber und ich hab Fett und ich leg das hier hin und keiner hört mich. ja, wo legst du das Fett hin? ja, das hast du ja schon aufgesammelt. ach so. eins. ja, ich hatte auch nur noch eins. super. äh, wir brauchen, bräuchte vielleicht ein Lagerfeuer. ein Bett im Kornfeld. ich mach uns mal noch ein Lagerfeuer, ja? ich brauch einfach eine, äh. ich brauch da schon eins. ich brauch da schon eins. soll ich ne Survival Fisch Trap bauen? ja, bauen mal direkt am See. zack zack. versorg uns mit Nahrung, großer Mann. dein Schnipper. wo wolltest du das Lagerfeuer haben? ich hab ein Lagerfeuer gebaut. hier, hier in der Mitte. hier so. im Haus drehen, okay. im Haus drehen, okay. ich hab noch fünf Sekunden. ich brauch tausend holz im Inventar und drück nix ab. da wird mir gerade gezwittert. auf twitter, ey. wir haben schon ein Lagerfeuer, Junge. da. ich war schneller. oh, was? baut der Sens einfach daneben. ja komm, wir brauchen eh Licht. mach doch ein zweites an. wie kann man, äh. wo? wie kann man nur ein Teil, ach scheiß drauf, lass das tausend holz jetzt da drinnen. ähm. oh, Komfort. wow. wow. ist das so komfortabel. ey, Leute. ja. ey, Flugzeug. da kann mal einer den Manus festbinden irgendwo. ohne Scheiß. fesseln bauen. da ist das Zugzeug, ich seh's. ich seh's auch. baut nicht so viel Lagerfeuer. das zieht nur wilde Tiere an. wo sollen die Kisten hin? ähm. ja, hier und da, hier. hier vor. da bin mal dahin. aber ordentlich, schön gerade, ne? Wände werden hier nämlich nachher noch gestrichen, da muss vernünftig sein. Spuck aus, das Ding. guck mal, wie Thilo mit seinem Fernglas gleich da hergucken, ey. hehehe. oh, die Ladeklappe ist aufgegangen. ich hab Nähzeug. ich geb Hitze sammeln. der lügt, Leute. das Ding ist bestimmt rausgeflogen. guck mal. nein, ich geb Hitze sammeln. ja, ja, ja. hat er nicht vorher noch gesagt, die Klappe laufen? ja, ja. der Anti-Nate, ne? ich trau mich, dass er... oh Gott! Näh! 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 ich wuchte von dem Wolfsruhe gefressen, ey. der Donation Zone, ey. ohne Mist. hey, vielen, vielen Dank, Alex. äh, Alex der Tiroler. Dankeschön. Akustik... sag mal, hab ich dir nicht gesagt, dass das gerade soll? das ist gerade! guck mal, wie die Wand ist. die ist doch total schief. die Wand ist super gebaut worden. ja, komm. ich hab extra nur gerade Stöcker genommen. so, haben wir jetzt schon irgendwas reingepackt hier? ah, der Schwede. hä? open. ich hab mich mal kurz gemutet. hä? was hä? wie... wie... wenn ich jetzt an so ner Kiste dran bin. ich seh den Erdruck nicht. ich seh den Erdruck. scheiße, ich seh den Erdruck. ich seh den Erdruck. ja. ah, da. ah, da. hä? ja, 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 ja. wird jetzt sowas wollen? ehrlich gewusst, wo das... wir haben immer noch keine Wände, Leute. scheiße. soll der mal, äh, das irgendwie sortieren? schreibt da mal auf dem Schilf... ähm, wat. wir können nicht auf dein Schilf schreiben. rein, komm. warum nicht? weil du dafür einen Kohlestift brauchst. paint sign. paint in new design on the sign. woher hast du den Kohlestift? ich kann da was machen. ja, ja. warte, ich kann das jetzt hier, warte. das geht nicht, das siehst du nicht. das siehst nur du. warte. du brauchst den Kohlestift oder den Edding. sonst geht das nicht. sicher, geht das schon. ich hab's auch geschrieben. okay. äh. du musst nur dann, nachdem wir es geschrieben haben, wir es auf aktualisieren gehen. bau. wow. auuu. ich bin ... erzähl mir nicht, dass da nicht geht. dieses video ist übrigens nicht werbefreundlich. und was macht ihr so weiter ich mache ich glaube oder wie wir sind jetzt gerade auf dem server maximal fünf wie viel und wie viel sind wir hier wo ich jetzt glaube ich nicht mehr drauf großen tiger doch dein freund ist so ein lappen was der spielinhalt von rust ist überleben eine penis vergrößerung die bräuchte ich doch mal bitte charakter sie können nicht holen ich eh nicht geben sie mir den charakter aus tinos real life ich kann aber kein holz selber holen warum nicht ich hab keinen stein mehr kann ich da wieder außerdem bin ich echt faul ja dankeschön ich erzähle bei es ist dunkel das sehen wir auch wir hatten das schild dahin wir haben gerade über andere youtuber geschrieben ich hab da ein pimmel drauf gemalt da kam ich an jetzt habe ich Tanzverbot genommen klicks doch oh hempseed alter hat er hier hempseed das glaube ich einfach nicht anstatt in die scheiße mal äh anstatt in die scheiße mal in die erde drückt das glaube ich aber nicht das glaube ich aber einfach nicht das ist deine aufgabe alter hast du überhaupt für den scheiß helm auf richtig nicht das ist kein helm ja das komische dünn da wie heißt das kürbis er hatte doch äh der hat das doch immer heimlich gespielt in den skin hast du gekriegt auf halloween alter doch so ne suchtpucke da gewesen so wie ich so wie ich arg suchte suchte der rust ach dann immer oh Leute fertig heute für aufnahme ich muss morgen früh hoch aber Der muss es dir mal kaputt sein und dann später was. Verräuge dich. Au! Hey! Was ist das denn? What the fuck, ey? So nicht, Junge! Was ist hier passiert? Wow. Wir sollen den Hammer nehmen und sollen die Wände auf werden, sonst sind die beiden kaputt.